Ja, moin moin, herzlich willkommen. SolduriTV ist zurück und wieder da und ich will euch hier ein bisschen und kurz und knapp informieren, was im Vereinsumfeld und drumherum denn so los ist. So, ja, erstmal in eigener Sache zum Thema SolduriTV. So ein Format braucht natürlich, ja, ich sag mal, Informationen und Content. Woher nehme ich das? Hauptsächlich aus dem Blog in Zukunft von Sachen, die ihr an mich herantragt. Also wenn ihr irgendwas habt, was interessant ist, was ihr erlebt habt in eurem Vereinsumfeld oder drumherum, schreibt mich da gerne an, schreibt darüber einen Blogartikel oder sowas oder irgendwie halt über den Discord. Auf der anderen Seite könnt ihr natürlich auch hier Kommentare hinterlassen unter diesem Video und dann nehme ich das in die nächste Woche mit rein. So, was halt auch super hilft, wenn ihr Termine in den Kalender einstellt. Am Ende der Folge haben wir immer so eine Rubrik für die neuesten Termine, also die Termine, die in der kommenden Woche dann dran sind, die stattfinden. Also tragt euren Kram da rein. Damit zeigt er auch den Leuten, was bei Solduri denn überhaupt so gespielt wird. Auch wenn das Event, ja, ich sag mal privat ist, also ihr gar nicht freie Plätze mehr habt oder das eigentlich nur eine geschlossene Spielergruppe ist, tragt das gerne trotzdem in den Kalender mit ein, weil das doch zeigt, was für Hobbys bei Solduri eigentlich alles so vertreten sind und wie viele Spielgruppen das gibt. Gerne könnt ihr auch eure Spielergesuche zum Beispiel oder sonstige Infos eben halt an mich herantragen und wie eben schon gesagt, packe ich das in der kommenden Woche dann immer mit rein. Ja, lass mich überlegen. Ne, das war es an Gesabbel vorweg. Erste Folge ist auch ein bisschen kürzer, denke ich. Mal schauen, in welche Länge wir das Ganze nachher packen, aber wir starten dann einfach mal den eigentlichen Inhalt. Der Hauptpunkt diese Woche ist die Vorstandssitzung, die öffentlich stattgefunden hat im Discord am Mittwoch, dem 12. Es wurden folgende Termine behandelt. Also ich schneide das jetzt hier einfach nur einmal kurz an. Ihr könnt das Protokoll nachlesen und die Ergebnisse seht ihr auch alle im Discord. Nur so viel, es wurde der Finanzstatus als erster Punkt besprochen. Also die Finanzkrise ist leider ein bisschen stärker noch wie gedacht. Der Finanzbericht, den findet ihr im Discord. Ich zeige euch das mal im Hauptkanal unter Vereinsinfos findet hier oben den Finanzbericht. Da könnt ihr euch das ganze Elend angucken. Dort sind die ganzen Informationen dann im Prinzip drin. Das Finanzteam hat da ganz tolle Arbeit geleistet und hat so, sag ich mal, die ganzen alten Dinge durchgearbeitet. Und es gab auch schon die ersten Gespräche mit dem Herrn Buhmann. Das klappt ganz gut, denke ich. Also die sind alle super engagiert und leisten da eine ganz tolle Arbeit. Vielen Dank dafür. Als zweites war dann dran die Überarbeitung der Vereinssatzung, der Clubordnung und auch der Beitragsordnung. Auch diese Informationen wurden schon im Discord bereitgestellt und sind auch in dem gleichen Kanal zu finden, wie auch die Einladung zur Mitgliederversammlung und der Finanzbericht. Schaut euch das Ganze an. Dann könnt ihr euch vorbereiten auf die Mitgliederversammlung. Dort wird das Ganze dann abgestimmt. So, dann gab es einen Antrag von Jörg eingebracht zur Familienermäßigung oder schräg schräg einer Familienmitgliedschaft. Sophia hat berichtet, was da bisher an Möglichkeiten aussehen könnte. Es wurde ein bisschen gebrainstormt, wie man was machen könnte. Safira arbeitet das Ganze jetzt aber aus für die Mitgliederversammlung, sodass da handfest drüber abgestimmt werden kann, was wir dort tun werden und können. Ebenfalls gab es einen Antrag vom Vorstand quasi zum Thema Moderatoren im Discord. Und zwar Moderatoren nicht im Sinne von den jetzigen Spielsystemleitern, die also im Prinzip auf Spielsystemebene das Ganze betreuen, sondern wirklich Moderatoren im Sinne von Moderatoren. Das heißt, Leute, die so ein bisschen darauf achten, dass das Ganze nicht total chaotisch läuft, in die richtigen Kanäle geschrieben wird und auch ein bisschen, sag ich mal, auf Netiquette geachtet wird. Hier ist aber noch ein bisschen Planungsarbeit zu leisten. Das heißt, es ist noch nicht so ganz klar, wie das aussehen soll. Und so wurde dies noch nicht wirklich konkreter. Safira ist auch da dran an dem Thema. Genauso gab es noch einen weiteren Einwand oder Antrag für ein Discord-Ticketsystem. Dieses Ticketsystem-Idee wurde eingebracht von Fellin, die sich so wohl sehr, sehr, sehr gut mit Discord-Servern auskennt. Und die brachte ein, dass ein Ticketsystem genutzt werden könnte, um Anfragen an den Vorstand eben halt einzubringen, vom Vorstand bearbeitet werden kann und so einfach kontinuierlich daran gearbeitet werden kann und das Ganze schön transparent für alle ist, sodass alle dann Vorteile nachher von haben. Ja, also sowohl die Moderatoren-Geschichte als auch dieses Ticketsystem, weil das Ganze ein bisschen, wenn sie sich schon mit Discord gut auskennt, macht das natürlich Sinn, das Ganze ein bisschen zueinander zu verschmelzen, wird dann mit Fellin besprochen und Safira kümmert sich hier drum, das Ganze so ein bisschen zu koordinieren und die wollen sich da irgendwie zusammensetzen. So, dann gab es den Punkt Termin der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Es standen zwei Termine zur Auswahl, der 13. und der 20. glaube ich, 11. Der Termin ist jetzt auf den 13.11. festgesetzt worden. Das heißt, um 15 Uhr am 13.11. wird die außerordentliche Mitgliederversammlung stattfinden. Von daher guckt mal, dass ihr möglichst zahlreich dort erscheint. Die Einladung dazu findet ihr auch in den Vereinsinfos hier oben. Dort könnt ihr das sehen. Einladung, Mitgliederversammlung 13.11. Da ist alles schon drin. Von daher wäre es schön, wenn möglichst viele kommen, damit da breit gefächert eine Entscheidung getroffen werden kann. So, dann ein Thema, das bei mir liegt im Moment und zwar das Internet im Clubraum. Ich habe bei unserem Provider O2 einen neuen Router geordert, weil unser kein Piep mehr sagt. Die alte Fritzbox hat aufgegeben. Dieser ist bisher, der sollte eigentlich kommen bis so Dienstag, Mittwoch circa. Bis jetzt ist er noch nicht eingetroffen. Ich hatte da unseren Nidhök gefragt, der ja ein bisschen die Post betreut im Clubraum, ob der vielleicht versehentlich dahin geliefert wurde. Aber auch dort sind keine, ist weder ein Paket angekommen, noch ist irgendwie eine Mitteilung angekommen, dass das Paket dort angeliefert wurde. Also daher werde ich morgen bei O2 nochmal nachfassen, was denn aus der Geschichte geworden ist. Ich hoffe, dass ich euch da spätestens nächsten Sonntag ein Update geben kann, wenn nicht das Internet sogar schon als fertig gemeldet wird die Woche. So. Gesprochen wurde auch noch, es war so mehr im Nachhinein, als so ein bisschen die Sabbelphase ausbrach, über mehr Aktivität nach der Corona-Pause. Allgemein geht es hier darum, ja ich sag mal, den Verein stärker zu bewerben und ein Frischfleisch ranzuholen. Also von daher wäre es halt schön, das ist so ein bisschen das gewesen, was in der breiten Masse rauskam, wenn die Mitglieder einfach etwas zu ihren Spielen posten. Gerade der Blog wurde da angesprochen, dass da eben halt auf der Startseite das nicht sehr aktuell aussieht, weil keine neuen Sachen sind. Die Blogposts, die jetzt da sind, sind schon sehr, sehr alt. Auch bei anderen Vereinen als Gastspieler mal aufzuschlagen, um einfach dort dann auch zu berichten, dass es in Neumünster noch einen großen Verein gibt, wurde als Idee geäußert oder man könnte Instagram-Posts machen, tragt euch in Foren ein, Demospiele machen. Also von daher, seid kreativ und dann machen wir den ganzen Verein wieder ein bisschen bekannter. Ja, so kommen wir nun zu den Events der kommenden Woche. Ich gehe mal in den Kalender rein hier. So, nächste Woche stehen nicht wirklich viele Termine drin, leider. Aber ist halt halt so. So, am Dienstag, 18.11. haben wir Infinity im Clubraum stehen. Ab 18 Uhr sind die Infinity-Jungs wieder vor Ort und zocken eine Runde Infinity. Schaut euch das gerne einmal an. Super tolles Spiel. Spiele ich selber. Eigentlich, ich habe auch schon vier Jahre nicht mehr gemacht. Wird mal wieder Zeit. Irgendwie passt das bisher Termin nicht immer nicht. Der Willen ist und der Plan ist aber da. So, am 20. gibt es quasi den Donnerstag. Das ist auch nochmal Infinity. Auch ab 18 Uhr sind da die Infinity-Spieler vor Ort. Dann am gleichen Tag um 20.33 Uhr steht Summoners im Clubraum oder eingetragen im Kalender. Ich hoffe, das ist überhaupt im Clubraum. Es war leider aus dem Termin nicht klar ersichtlich, ob das Ganze im Clubraum stattfindet oder nicht. Ich gehe einfach mal davon aus. Ansonsten könnt ihr, ich weiß nicht, ich warte mal, ich gucke mal, wer hat das eingetragen? Kogge. Von daher könnte man, ja, was, nee, ist wirklich nichts drin. Also weder welcher Ort noch ist ein Tisch irgendwie gebucht. Also ich gehe aber mal davon aus, dass das im Clubraum ist. So, dann haben wir, ich gehe mal wieder zurück. Am Sonntag, 23. haben wir das Infinity, nein, das X-Wing-Turnier im Clubraum. Völker hat wieder mal ein X-Wing-Turnier organisiert und da sind die ganzen Tische halt gebucht und geblockt für das Turnier. Wie gesagt, schaut gerne mal rum, tretet mit den Spielern in Kontakt, macht ein bisschen, zeigt ein bisschen Präsenz, auch wenn ihr vielleicht kein X-Wing spielt. Ähm, die freuen sich und man sieht ein bisschen Leben und Interesse an dem, an dem Spiel. Äh, vielleicht habt ihr ja Zeit und könnt mal eine Runde reinschauen. Ist auch ganz interessant, gerade so X-Wing-Turnierspielen ist schon eine wilde Nummer. So, ja, hm, das soll es dann auch schon gewesen sein für die erste Folge. Ähm, hauptsächlich ging es jetzt um die Mitgliederversammlung, äh, was heißt Mitgliederversammlung? Vorstandsversammlung, ähm, die diese Woche stattgefunden hat. Die öffentlich war im Discord. Es waren viele Mitglieder vor Ort, das war schön. Ähm, was wir alle noch ein bisschen lernen müssen, ist, dass das die Vorstandssitzung ist. Also, wir Mitglieder nicht immer reinquatschen. Habe ich auch viel zu viel gemacht. Müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen. Wir können uns aber melden und dann nehmen die uns mit rein, wenn wir Anregungen haben. Also, wir dürfen schon mitreden, aber, ähm, primär ist es halt eine, eine Vorstandssitzung. So, ja, hm, stellt euch vor, wir machen das Ganze ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen weiter hier, diese Sorduri-TV-Geschichte, ähm, dann brauchen wir natürlich Input. Also, stellt eure Fragen und Anregungen unten in die Kommentare mit rein. Bombardiert mich, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Ähm, entschuldigt für jedenfalls das ein oder andere verhaspeln. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das in Zukunft schneide oder so wie jetzt in einem One-Take aufnehme. One-Take geht natürlich immer schneller. Ähm, schneiden ist immer sehr viel Aufwand. Das muss ich mal gucken, was da die beste Lösung ist. Ähm, schauen wir mal. Gibt ja bitte Feedback an mich, damit ich das, ja, ich sag mal, damit ich nicht doof sterben muss. Auch wenn ihr irgendwas habt, was ihr hier mit einbringen wollt, äh, jeden Sonntag wird das Video, ähm, veröffentlicht. So, circa 20 Uhr. Ähm, ähm, echt so am Nachmittag aufgenommen. Das heißt, bis, sag ich mal, Samstag könnt ihr immer noch Infos für diese, äh, Sorduri-TV-Folge dieser Woche könnt ihr immer noch einbringen. Von daher, ähm, ja, nutzt das. Aber ihr könnt es eben, wie gesagt, auch dadurch machen, dass ihr einfach einen Blogartikel schreibt über Dinge, die euch, äh, ich sag mal, umgetrieben haben diese Woche. Ja, das soll's dann gewesen sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Äh, kommt gut in die nächste Woche und bis zum nächsten Mal. Euer Kevin, aka FETZO. So, Duri-TV. Bis denn und tschö.